Ein Soldat sucht sein Feuerzeug, er kann es nicht finden. Der andere Kollege hat eine Idee, der steigt aus dem Grab und der eine Kollege ohne Feuerzeug wundert sich und steigt da hinterher auf die Leiter. Und er sieht auf einmal ein Panzerrohr kommen und er zählt auf ihn, okay, und alle denken sich, was geht denn da ab? Und dann hält er hier so eine Zigarette hin und dann schießt der andere Kollege hin und dann noch ist die Zigarette gezündet, er ist total verkohlt. Und dann kommt der andere Kollege zu, der sieht die andere Zigarette an, wir hören so am Pfeifen, weil er total top ist, das ist so verrückt. Das ist so verrückt, Alter, krass.